Schön, dass sie eingeschaltet hat. Sonn-Show-Dor mit dabei in der Google-Bund-Chat. Hallo. Hallo. Tututututu. Ich kann froh sein, dass ich ihn so sehr liebe, dass ich das mitmache. Kannst du die Heizung auch runterdrehen, mein Tier? Ja, bei mir ist es auch angenehm, aber wenn du einkommst auf, ist es kalt. Ja. Aber dann gehe ich wieder raus und sage Tschüss. Das sind angenehm, es ist nicht zu warm, aber es ist auch nicht kalt. Ja, aber für dich? Ja. Oh, für mich ist es so kalt. Also passt doch. In der Poppe ist Raben. Ey, alles mitgenommen. Da. Ja, komm her. Tschü tü 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 tü. Soll ich dir was in dein Arsch haben? Also, also pieksen. Was? Was? Oh, ich hab第一けれpür. Ich hab ich... Ich hab... Ich hab einen Spitz... Oh, ich má... Tal... Tal, ich hab einen Spitz, den hä... Pat, Tal... Macel, ich hab was ... Mh... Na ja, wie auch. Ja, da hast du doch andrabe drauf. cool ich habe dann noch willst man naja ist nicht ich kenne das noch von damals hast du letztendlich letzten aber vor einigen monaten mal gesagt bei dem zombie ich denke überhaupt nicht siehst du habe ich wohl gewonnen hier ist eine kutsche selber sehr gut frau ich kann mir nichts holen hat nur eine frau äh also jungen mücken weg geworfen okay ja das habe ich jetzt drei frags ich brauchst du ne schwarzwurzel du bist du ne schwarzwürzel schwarzwürzel du bist du ne schwarze wurst schwarzwurzel oder angebratene blutwurst oder einfach so oder einfach blut blutwurst bestätigt ich habe die punkte nicht gesehen muss ich mein gott hier du kommst um die ecke geschlichen da habe ich nur live gehört und jetzt kommt jetzt hin und jetzt kommt jetzt hin ich habe ein hild da oben im fenster habe ich eines tod von hinten werde ich wurde ich abgeschossen ja eine mauer moment der zwei hitze unterlegt hier ist eine rechts weg mein gott ich glaube momentan bin ich so ja kann ich auch gut mit den die leute killen wenn es im nahe kampf ist ja ja ist der andere wo der andere disport meine dass die Sollen wir nach fort? Wir müssen nach fort. Schnell, 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 schnell. Ja, ich lass mir Zeit. Ich brauch Heilung. Ich bin fast halb tot. Nur halb tot? Fast halb tot. Also du bist eigentlich noch oben drüber. Also nur ein Viertel eigentlich. Jetzt hab ich wieder Geal. So. Ist dir die Tür eingetreten? Ne, ja. Ich hab dich schon ewig nicht mehr gegessen. Ich wüsste auch gar nicht, ob ich das jetzt noch mögen würde. Ich weiß halt, dass ich das vor Jahren mal gemocht habe. Ich mag das. Muss nicht essen. Ohne Angst, mach mich essen. Und zwar, ähm, hatten wir zu Weihnachten immer so ein Paket bekommen. Von, ähm, so, das ist halt so Wurst gewesen in Dosen, die halt von einem bestimmten Metzger oder so kamen. Und da war Frühstücksfleisch oder so Leberwurst-Hand, also hausgemachte und, äh, Blutwurst. Und das war halt schon lecker. Aber das ist, wie gesagt, schon Jahre, 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 jahre. Und dann haben wir da mal richtig viele Dosen vongebracht. Ja, geil. Ja, weil meine, ähm, weil, äh, von der Familie her, welche in der Nähe gewohnt hatten. Ähm. Und das haben sie dann immer zu Weihnachten und Weihnachtspaket geschickt. Geil. Das war schon echt, das war schon lecker. Ja. Das war auch Wurst. Bin gut. Ja. Hm, scheiße. Moment, die haben Rebound ja noch nicht aufgenommen. Warum? Weiß nicht, ne. Die Schüsse waren nicht da bei vor, sondern sie waren hier irgendwo. Der Hype ist da. Doch immer noch Mortis. Und da ist auch noch der Hype. Also ich kaufe auch keine mehr. Okay. Ähm, der wird richtig heftig geballert. Ich habe immer gefühlt, den anderen Afto. Nein. Kommst du denn da drauf? Ähm, hat der nicht gehört? Nein. Ich habe nichts gehört. Ja, dann geh mal vor. Geh mal gucken. Nein, geh doch packen. Habe ich den Headshot gegeben. Ich sehe den Kopf, der sich meinen Kopf kippt. Könnte mich da nicht an die Seite gut holen. Ich war da an der Mauer gewesen. Von der Seite. Der nach da. Kommt keiner, aber ich hole ihn. Ich hole ihn. So. Zeichne nicht durch den Stütz da. Ich habe ihn. Oben am Fenster hat er den Schutt abbekommen. Und der ist jetzt ein Zombie. Ich muss erst mal kurz regenerieren. Okay, ich spiele den gerade bei mir so. Weiß ich nicht. War so gerade kurz am Knacken. Das ist schlecht. Was? Ach, da. Ja, da. Da, irgendwo an dem. Warte, Hit. Komm. Komm, 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 komm. Warte, Warte. Da, 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 ein Hit. Da, an dem Fenster. Muss ich eben heilen. Hat ein Hard-Roll-Hit. Da, da, ein Hard-Roll-Hit. Ah, hast du ja schnell immer, immer, immer gesehen? Nö. Das ist gut, ey. Warte mal, sind die da auch noch drin? Die sind raus. Ich würde sagen. Wo sind die denn ganz aus dem Kompon raus, oder wie? Nö. Von mir. Die sind bei der Trenne, ja. Direkt um die Ecke, ja, hm. Da hat ein Darm auch direkt nur Dolch. Schön. Den hab ich. Warte auch mal durch. Genau hier runter. Ja. Ja. Hat ein Hit. Der ist am Bluten. Da muss ja irgendwo einer sein, oder? Habt ihr viel rein? Ja. Mit einer anderen Bounty mal bitte. Du mal. Ja. Nichts da sind alle. Okay. Ey, das ist eigentlich doch, die zu dritt sind. Das ist ja jetzt nichts. Das ist ja nichts. Das ist ja nichts. Ach, Mann, ey. Ja, Spiel. Dann looptet mal. Ja. Ja. Tschü, 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 tschü. Kroner King. Ne Kron. Ja, aber wo ist der mit der Automatt? Das ist der. Hey, da hat er eine Kroner King. Ach so. Der andere oben hat, glaub ich, eine Mosin-Sniper. Eine Mosin-Sniper, ja, die hab ich mitgenommen. Aber wo ist die Automatt? Mann, hab ich nicht den jetzt. Mann. Danke. Alter. Der hat auch nicht die Automatt, der hier liegt. Wo ist der zweite Hunter von hier gewesen? Oder war nur einer da drin? Einer war noch oben im Gebäude. Hier liegt noch einer. Der hat ja auch den Mann gehabt. Also wenn du Nachluten hast, hier hast du einige zum Nachluten. Ey. Sag mal, wie viele Bärenfallen sind denn hier? Ich hab keinen einzigen gesehen. Lass die oben liegen und machen, sonst zum Nachluten. Ey, ey, ey. Ich komm jetzt. Ganz oben liegen welche. Mhm. Okay. Sag mal, gehen wir mal nur starten. Ich hab jetzt zwei gesehen. Eins. Hast du noch mehr gesehen, irgendwo? Nö, hier. Drei. Ich glaub, ich hab drei Stücke da gesehen. Wo ist denn der dritte? Da oben liegen immer noch, weil ich muss doch mal gucken. Ich kann mich nicht mehr bewegen, spielgrosatig. Also die nicht mehr einer oder so. Warte, ich komm. Ja, nicht mehr einer. Den hab ich, den hab ich und den hab ich gelootet. Ja, und den hab ich gelootet. Ja, unten an der Tür. Und dann ist jetzt noch einer. So. Und wo ist noch einer? Da waren drei. Okay. Ich muss ja gar nicht, ich muss ja jetzt trotzdem hin. Ich geh jetzt nochmal eben kurz meinen Tread abholen. So. Ich auch. Tü-tü-tü. 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 Aber das ist wichtig, also. Das ist gut, wenn du dann ein bisschen geschlafen hast. Vielleicht hat's halt gut getan. Geht's denn besser schon ein bisschen? Genau. So, feilen. Tü-tü-tü. Tü-tü-tü. Tü-tü. Ich bitte mal Àschen. Tü-tü-tü. Tü-tü. Tü-tü-tüü. hat es noch etwas komisches gegessen gehabt irgendwie ein lebensmittelvergiftung abgelaufen oder keine ahnung das ist aber echt heftig ich weiß nicht zum notarzt also zum notdienst wie lange hast du denn schon ist es halt heute erst weil es kann halt sein dass das heute so der tat ist wo du halt alles raus will was halt der körper stört und dann kann es halt morgen besser sein ich weiß ja nicht wie lange hast du das denn halbzeit pro teute ist mit salami stunden später ging es plötzlich los vielleicht kann es einfach sein dass der körper oder ich finde ich keine magen-darm-körper weil das ist scheiße ja stimmt oh man trinkt aber schon fast mal verdorben im magen irgendwie wenn er nicht mal wasser drin bleibt und so weil du musst ja nicht Wasser trinken das ist auch wichtig ich weiß noch wie ich früher mehr seit letztem freitag dran geschrieben ja aber dann ist es halt einfach mal so das stimmt ja kannst ja nichts dran machen dankeschön auf jeden fall für das reinschalten morgen gerne wieder einschalten zu handshowdown 13 uhr bis morgen tschüss 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 tschüss